und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge hier aus der grünen hölle zusammen mit dem foulsack judy wie ich gerade rausgefunden habe das nehme ich jetzt wörtlich dafür glaube ich jetzt erst mal die schnecken ach sie sind gekocht unbekannten pilz den kann ich auch dorthin stellen ja du kannst alles drei proteine krass hast du noch geöffnete blätter habe ich ja schmeiß die mal da wieder rein ich würde mal ein feuer ausgehen lassen einfach nur zu gucken was dann passiert dann musst du es wieder an machen mit diesem feuerbrett ja aber das feuerbrett habe ich und wenn ich das feuer und meine ich ja ja ob das aschen gibt ja genau erstens ob das aschen geht und zweitens wenn nicht feuer anzünden kostet einmal getrocknete blätter feuer anhalten ja hat sich das hier auch schon geändert also bei mir ist es nur noch ganz niedrig also sofort ja sie sagen nur noch ein paar weniger stücke ich glaube da wirst du rauskriegen wenn dann wäre das natürlich gut deswegen das ist naja gut ich mach nichts ich könnte noch zwei dinge wasser gebrauchen so in der letzten folge sind wir sogar ziemlich gut vorangekommen ich gehe hier wieder auf ja hier feuer feuer beschützt vor regen das heißt wir haben jetzt hier quasi eine unendliche quelle für geistige gesundheit denn man kriegt geistige gesundheit wenn man ja am feuer steht ich bin sogar von der sättigung her eigentlich mehr oder weniger aus gut ernährt gerade und ausgewogen und um das beizubehalten würde ich sagen ich mache mich mal auf die jagd ich gucke ob ich ein wildschwein finde ich habe tabak glüten tabak und vergessen auch nicht rauchen aber mir fehlt schon wieder gelb ja ja wie gesagt ich habe zwei bananen noch ja ich guck mal was hier der pilz bringt oder bringt gelb aber minus 1 parasiten minus 1 ist doch gut was gegen parasiten ja welcher pilz welcher pilz unbekannter pilz ja okay ach so ja stimmt diesen ist okay das ist gut zu wissen das heißt wir können dreckiges wasser trinken und dann einfach die pilze hinterher schmeißen ich habe eine lebensmittelvergiftung und ich habe schon wieder egel erwischt wo denn wo denn jetzt wieder diesmal am bein hier krass ich habe schon wieder den lebensmittelvergiftung verkauf diese egel die sehen schon ekel ekelhaft aus warum findet man man selten ich habe eine riesenfette was ist das für eine wunde wunde da sind mir aus wie ein kratzer am verband oh mein gott was habe ich den gefunden ich hatte ich habe gerade eine unbekannte blume gegessen die hat mir 25 gelb gelb gegeben zehn rot und zehn energie mega gut als unbekannte sachen immer essen merkt wenn ihr im dschungel übernehmen wollt frisst einfach alles was irgendwie findet einfach alles fressen ist kann gut sein ich habe hier schon wieder ein papagei ich habe noch ein papagei in turcan turcan ich höre schon wieder was krummeln hier eine katze wo bist du eine katze was bekomme ich den tollen teilen hier raus es hat mich angegriffen und ist weggelaufen kein platz mehr im rucksack dafür kein platz im rucksack wo für einen kleinen blätterhaufen den kann ich kenne ich kann den essen durch die meisten ameisen hügel die meisten ameisen hügel ich habe schon wieder um lebensmittelvergiftung scheiße dammit problem ich weiß nicht wo ich bin und ich sterbe jetzt ja ich sehe dich nicht ja ich weiß auch nicht wo ich war du bist ein held man sollte vielleicht nicht ein blätterhaufen ist nicht idiot ich habe mit blätterhaufen gegessen keine ahnung da stand dran essen so ja jetzt muss ich versuchen meinen todespunkt wieder zu finden weil ich hatte nicht ganz so wenig stadt aber ich habe absolut keinen plan wo ich gestorben bin die einnahme von pflanzen mit natürlichen das einem das auch nicht angezeigt wird ich habe weil da stand man soll kräuter essen wenn man eine lebensmittelvergiftung hat oder oder pflanzen mit mit irgendeiner wirkung dann habe ich kräuter gegessen jetzt habe ich anstatt jetzt habe ich von jetzt habe ich nicht mehr eine lebensmittelvergiftung sondern fünf zwei fünf ja gut scheiße wo bin ich gerade krepiert das kann doch nicht so weit weg gewesen sein ja unbekannten das nehme ich mit ich bin mal gestorben war unbekannte blume nicht dein ernst das ist doch jetzt belastend hier und ich habe noch gesagt am anfang wir haben es gerade recht gut und jetzt habe ich nichts mehr du musst dir doch merken wo du hinläufst deshalb gehe ich noch nie so weit weg ja ich wollte eigentlich auf jagd gehen ja die kann man ja auch hier machen und halt bis hin die welt erkunden und so wir haben hier liegen wir haben lagerfeuer asche nämlich weil wir haben lagerfeuer asche ich bin nicht einmal und wir haben kohle gekriegt warte voll hole so macht man also kohle da steht jetzt ich soll da irgendwas rein was heißt denn das symbol ok es heißt nicht rein was heißt jetzt dieses symbol wir haben kein fleisch mehr und sowas war ich muss mal ein bisschen jagen gehen ja das hatte ich eigentlich auch vor auch nur ein bekannter pilz aber ich gebe ein nachts so gern irgendwie weg aber ich glaube nicht dass ich meinen todes punkt wieder finden werde schade muss mich halt neu ausstatten ja hier stehen hier liegen ganz viele lange blätter lange kletter lange stücke ja das wichtigste ich eigentlich nur das andere ist schade aber ich war ich hatte ich hatte recht viel gebratenes fleisch dabei ich hatte deine zwei deine zwei krebse da und noch müssen wir hier halt noch ein zwei drei mal hier angehen ich hatte die tiere ich habe das ist irgendwo hier bei den felsen war aber ich finde einfach nix das kann doch nicht so weit weg gewesen sein ja gut vor allem du musst halt ganz viele items auf dem boden ja eigentlich finden weißt du ja eigentlich von was ist das denn ich höre schon wieder irgendwo hier die fliegen das heißt hier ist irgendwo wieder ein totes tier da und hier grün leuchtende pilze unbekannte frucht aber das verdirbt auch alles jede blume und alles was man mit mitnimmt wenn man es jetzt aufgesammelt hat verdirbt die exkrimente ich habe kustel wie kriegt die weg welchen so ein scheiß ameisenhaufen reingelaufen bin aber ein haufen wo wir haben wir stehen wir müssen ausschlag hier ist der ameisenhaufen habe ich kurz habe ich ziemlich kurz vor meinem tod noch gesehen hier ist der ameisenhaufen doch echt nicht so weit weg gewesen sein die mit aua und ich bin auch wieder da reingeschlagen laufen das glatt verband das habe ich schon mit das habe ich schon auseinandergenommen kann ich jetzt ja vermutlich hat es suchen hier jetzt schon selbst wenn ich das gefunden hätte auch apropos finden ich habe es doch so dicht ja aber hier wirklich die sachen sind irgendwo ganz in der ecke von einem baum versteckt und jetzt erstmal tausend mal klicken um alles aufzusammeln ich muss wieder gucken dass ich irgendwie ein fleisch kommt haben wir alle tiere schon getötet oder wie ich sehe hier keines mehr könnte man fast meinen so liegen hier noch viele sachen ich glaube hier runde springe ich jetzt nicht so das gelbe von mei ich habe ekel weg weg so habe ich alles gibt zumindest nichts mehr hier was ist denn er und was heißt was heißt nun halte rmb right mouse button oder wird ja mein fucking ausschlag nicht weg naja ich habe jetzt nicht wieder nach hause und statt für mich wieder aus das heißt zum beispiel zweimal stein für die steinklinge dann zweimal stein wo ich bin hier gerade auf ja was hat hier gezischt seil und stock für eine axt und ich höre hier gerade überall schritte da unten da unten stein speer war ein langer stock hier mit der steinklinge und dem seil so stein speer siehst du ein viech irgendwo 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 hier habe ich ein viech mit einem mit einem speer getroffen aber es ist wieder weggelaufen es kann dann auch laute musik aber es hat die musik hat dann wieder aufgehört ich habe ohne ich muss mich untersuchen das kann es mir doch nicht erzählen man siehst du von da oben irgendwo ich komme ich komme es mal hoch es ist mein speer schon wieder weg hier hast du übrigens hier mal geguckt bei diesem leben ding dann musst du jetzt noch irgendwas machen ich weiß aber nicht was es für ein symbol sein soll ähm hm geil dass ich jetzt nicht das was ich wollte ich würde mich zerstören und trinken es sieht so aus als wenn man da jetzt noch eine nussschale mit wasser reinpacken muss aber ich kann die nicht mit wasser aufheben wenn ich die nehme dann verschüttet es das wasser ha verschütten trinken zerstören nee ich will nichts davon ich will das einfach nur mitnehmen und da rein kippen apropos hier nur schalen mit wasser mhm 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 das ganze bäume geben hier so was von auf den zeiger habe ich vor ihm mein viet verloren alles mal weg machen hier alles weg okay wir mussten erwarten bis regnet das geht auch jetzt fühlt es was er ja auch und jetzt nehmen mich jetzt muss ich das leben hier mission das sieht aus aber okay gut jetzt haben wir den lebensziegel stein das ganze links gleich für die truhe verwenden kannst du immer nur eins von nehmen was hast du zwei lange stücke gebraucht zwei feuer zwei stöcke hier hier lagen mal drei stöcke liegt jetzt nur eine ich habe nur einen gebrauch davon aber vielleicht lag da noch irgendwo in holstein oder 2 haben wir hinten im lager im lager jetzt brauche ich feuerbrett ich bin ich mal gespannt wie die truhe aussieht dann wir sollten wir haben keine steine mehr wir haben nur noch einstein ich denke mal hier das kann man nicht decken ganz hinten in der ecke werde ich wahrscheinlich vergessen aber hier liegen sachen als ob ich wollte mich eigentlich alle verarschen jetzt ist mein nächster speer hinüber oder was du rennst dem viehchen daher und es läuft einfach weg man sieht es nicht mehr es ist weg das wäre jetzt noch so eine frage eine schnellere moment ich glaube das stirbt einfach nach einer zeit das heißt hier müssten noch zwei vier rumliegen hier müssten noch zwei vier dann rumliegen irgendwo im wald leider kiste ok was kann man da reinpacken so wie es aussieht quasi alles ich gucke mal wie sieht es zum beispiel mit sowas hier aus online was habe ich denn jetzt aber essen verdorrt da jetzt nicht langsamer deswegen denke ich zumindest ich muss mich gleich mal putzen ich habe doch vorhin auch schon ein tier angeschossen wurde muss das ja auch irgendwo liegen weil dem ein bin ich jetzt hinterher gerannt das war ganz hinten ganz hinten an den stein war das und tot brauchen wir bitte leben soll ich einmal leben mitbringen ich glaube wir müssen da überall mal das gras weg machen flusslehm ok ich glaube wir nehmen aber lieber erst mal das alte dass sie den lehm zieht hier raus ich weiß nicht wie schlau es ist die pilze jetzt hinzulegen weil wie verdorren ja wie kann ich in die lagerkiste reingucken drauf gehen und e jetzt ok ja ok du hast benutzt deshalb ach so ja ok ich sehe es ok noch mal lieber außerhalb hin oh scheiße machen wir machen wir bitte schnell das feuer wieder an weil ich habe vier fleisch ich habe kein feuerbrett dann zack zack ja dann moment mal andere idee wir haben doch hier wieso kriege ich jetzt plötzlich von bananen parasiten die waren nicht vor oder nein die sind noch ein die sind noch anderthalb tage haltbar wieso ist das denn weg damit Oh shit. ach du kacke braucht das stücke es ist ernsthaft voll sein ich habe da schon 20 stücker reingepackt und ist jetzt halb aus das braucht stöcker ohne ende ich denke mal zwei stöcker noch dann müsste es reichen da liegt noch ein stopp ich komme zurück hier wieder zu machen blut erforderlich jetzt trotzdem ich habe halt kein feuerbrett wie macht man das muss ein holz scheit nehmen und den auseinander nehmen soll ich die holzscheide besorgen wenn du mir gerne wenn du willst ja weil ich muss schlafen ja alles gut ich muss hier mal meinen überaus vollen rucksack malz nach hause bringen fuck off pflanze kein platz mehr im rucksack ist mir scheißegal pflanzen nerven juli ja was sagt die zeit ich habe absolut keine ahnung an werden deshalb würde ich jetzt noch nach hause laufen und dann ja mal gucken ob ich schnell ich bin ja wenn du deinen rucksack auch voll packt ja tschuldigung womit eigentlich mit stein ich habe zwei tiere ausgenommen haben wir kein holzschild mehr hinten im lager aber darum kümmern wir uns dann nächste folge genau ich lege noch kurz hier mein satt ab moment ich habe acht mal fleisch wie soll man das alles essen oi okay ich kann wieder laufen gut was fehlt mir denn oh ja wir müssen unbedingt das fleisch dann draufhauen genau das war's ja diese folge haben wir ein bisschen expedition gemacht und lasst euch überraschen wie es nächste folge weitergeht macht's gut bis dahin ciao tschüss